Okay, zuerst, zuerst, ich habe gesehen, viele Frauen sind hier, so, so auch viele Mutti, ein dicker Kurs von den Trainern der meisten, und wer hat die beste Verteidigung, F.J. Bayern, wer hat die beste Angriff, F.J. Bayern, und deswegen sind wir Meister, und nicht nur von München, auch von Kärchenkirchen, auch von Bremen, und auch in Hamburg, wir sind die Beste von Deutschland, und vielleicht für Obas, ja! Welche Mensch, eine Fußballmannschaft, kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Klub, der hier zu lange direkt alle hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voller Kraft? F.J. Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten, wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. F.J. Bayern, deutsche Meister, ja, so heißt der Mannheim, ja, so war es, und so ist es, und so wird es immer sein.